Der Chinese kommt zu uns, weil es ihm und den anderen Chinesen schlecht geht in ihrem Land. Sehr schlecht. Das wissen wir nicht so genau. Jedenfalls schlechter als uns. Uns geht es hier nämlich sehr gut. Ja, sehr gut, genau. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Auf den Chinesen. Auf den Chinesen. Auf unseren Gast, Herrn Ting. Wir Deutschen sind gesund. Gesundheit bedeutet Glück. Warum sollte man sterben wollen, wenn es einem so gut geht? Ja, eine Tasse Tee, dann... Die deutsche Mentalität funktioniert am besten in Deutschland und die chinesische Mentalität funktioniert am besten in China. Dieser verdammte Chinesen! Sie werden kein Blut benötigen. Ich werde jetzt gerne ihr Haus verlassen, wenn das hier Wunsch ist. Meinst du, das wird nur zum Gas gefallen? Das wird dem Chinesen ganz bestimmt gefallen. Dann... alles wird das so schön vorgegeben. Alles wird das so schön vorgegeben. Alles wird der so schöne Fsunaden. re harassing ним. Untertitelung des ZDF, 2020